Zeig Dein Dresden. Wo, was, wer ist Dein Dresden? Nimm das Handy, drück Aufnahme und filme Deine Stadt. Du kannst an jeder Ecke von Dresden irgendwas Schönes machen. Ich finde es einfach eine ganz tolle Stadt zum Leben. So dieses Flair, das ist schon sehr nice. 20 Sekunden und Cut. Zeig Dein Dresden. Ich lebe jetzt schon seit 5 Jahren hier und genieße eigentlich jeden Moment. Es macht einfach Spaß hier zu leben. Die Dresden hat halt Lebensgefühl. Teile Dein Video auf visitdd.de und gewinne tolle Preise. Ich finde meine Bilder, wenn ich einfach durch die Stadt laufe, mich inspirieren lasse von der Stimmung, von den Leuten, von der Architektur. Dresden ist einfach eine coole Stadt und das kann man auch zeigen. Einfach schön hier. Dresden ist laut, leise, bunt, familiar, offen, fresh. Sag mir mehr. Dresden Deine Stadt. Mach mit. Zeig Dein Video. Dein Moment. Deine Stadt. Zeig Dein Dresden.